Wunderschön, dass die Kinder alle mitmachen konnten und auch die Kleinsten war es schon toll. Wunderschön war es. Ich muss sagen, es fand es sehr schön, dass die Kinder so gut mitmachen konnten und es mir gefühlt sofort durch den ganzen Raum geht. Wunderschön, Wunderschön! Wacken ist gerade in eine giftige Riesenschlange verwandelt worden, die durch unser Leben einfach den Bauch durch die Treppe kriecht. Was soll die denn tun? Sumprante León Es war gigantisch, es ist weiter zu empfehlen, wir hatten alle drei sehr viel Spaß. Das mit dem Zauberer, wo der Trommellehrer die Schlange singt hat.